Hi Leute, noch eine kurze Eingang für den Livestream morgen. Auch wenn die Musik im Hintergrund läuft, wird morgen der Livestream ein bisschen kürzer ablaufen, oder Samstag halt. Und zwar werden wir dann ab 15.30 Uhr ungefähr anfangen mit euch direkt mit TTT zu spielen. Und wenn danach noch Zeit ist, hätte ich gerne mal Lust wieder mit euch Town of Salem zu spielen. Das hängt davon ab, wann dann Dado morgen streamen wird, das weiß er jetzt noch nicht. Auf jeden Fall danach auch noch streamen wollen, auch gleich davor, das sehen wir dann. Ich komme hier auf jeden Fall sehr darauf, dass ihr dann zahlreich erscheint. Und vielleicht könnt ihr vielleicht schon vorher mal irgendwo schauen, dass man euch bei TTT runterladet auf dem Server, findet alle Informationen im TeamSpeak. Das ist dann nicht wie beim letzten Mal, dass Leute noch teilweise 30 Minuten brauchen, auf den Server zu kommen. Ich hoffe auf jeden Fall auf euch, bis dann.